Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Uncharted The Lost Legacy. Wir sind jetzt hier mitten im indischen Urwald. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Heusala? Heusala? Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas? Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir Ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Wir treffen uns beim Wagen. Da drüben ist der Wagen. Guck mal. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's da nicht mehr lang. Und jetzt können wir hier ein bisschen... Und jetzt klettern wir einfach hoch. Schön in die Wand gekracht. Das machen wir nicht. So, das kann... Achso, ich muss die Taste losleisten, sonst funktioniert das nicht. In welche Richtung eigentlich? Ach, da hin. Und... Und daneben. Das machen wir nochmal. Ah, ja. Rums. Wieder gegen die Wand. Ja, das andere Mal hat es ja auch mitgekriegt, als wir auch in der Flügel sind. Und... Und ab geht's ins Auto. Mach mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Okay, rückwärts ist L2, vorwärts ist R2. Eine blöde Frage. So viel dazu. Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Heusaler-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Heusaler gehört. Naja, es ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seiner Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Okay. Ups. Schau mal. Flamingo-Treffen. Uu. Ha ha ha. Erfrischend. Danke. Für die Vorwarnung. Ey, ganz locker. Ja. Also. Ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Upsa. Willst du oft hierher? Nein. Nicht wirklich. Oh, ich glaube... Von da bin ich gekommen. Ich drehe mal um. Hm. Hm. Ich werde mal hier lang fahren. Ja. Da. Oha. Geht's aber tut lang. Wir versuchen's einfach. Oh, wir sind da. Ja, sieh mal an. Hoisala-Ruinen. Schaffen wir's durch das Tor? Ich seh mal nach. Die alten Hauptstädte. Was haben wir hier? Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Hm. Da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebit. Der neueren Hauptstadt von Hoisala. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt, Belur. Ja, die Steinbälder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Hm. Bildhauer-Quartiere. Dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin. Weißt du noch? Hey. Hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Was du willst, ist einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Na, dann machen wir mal das Tor kaputt. So. Da haben wir den Haken. Die Sache hat den Haken. So, rein damit. So sollte es klappen. Fraser, weg deinen Hinterhalt. In Deckung. Da hast du mir die Warnung. Ich glaube, die hätten wir. Nachgeladen haben wir auch. Okay. Wo waren wir? Du wolltest gerade ein uraltes Tor runterreißen. Ja, genau. Dann mal los. Na, wie praktisch. Da haben wir ja gleich eine kleine Rampe zum drüberfahren. Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn sie vor ihm geht. In diesem Beruf kann ich Sentimentalität umbringen. Ich denke mal irgendwie hier lang. Ja, ich glaube, hier lang. Oder auch nicht. Dann. Da war ja das Tor. Dann doch hier hoch vielleicht. Hier geht's ja nicht weiter. Oder doch? Doch da? Vielleicht. Ja, doch. Hier, glaube ich. Hops. 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 Ja, ich bin da. Nee, das war ja nicht. Doch, sind sie. Sie ähneln eher Primaten oder Limu? Okay, ich schlags nach. Los, 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 los! Na los, na los! Ich hab noch was vor. Ja. Ah, kommen wir hier vielleicht. Na, geht doch. Ich kreibe gehubt aus Versehen. Na. Geschafft. So, und jetzt, so, Ladies. Hier lang, okay. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Einfach rumfahren? Ich fahr die mal um, mal gucken, ob das richtig ist. Okay, das ist okay. Liegt ihr nicht so was? Nicht wirklich? Was sagt bitte? Wurde! Halt es mich auf! Sehr viel! Rums. War das wirklich dein Plan? Kann sein. Fällt dir nicht? Komm, bitte! Ich sollte mal in Deckung gehen, sonst bin ich gleich lieber. Ja, ja, genau. Die Idee war aber doch gar nicht schlecht. Ich kann mich natürlich auch von hinten anschleichen. Versuchen wir es nochmal, die hier irgendwie umzufahren. Okay. Da ist es nicht so was. Nicht wirklich. Da ist jetzt beide, die nach. Das ist wirklich dein Plan. Kann sein. Fällt dir nicht? Oh. Reifer. Über uns. Ah. Okay, vielleicht gehen wir das auf die Heimledetour an. Schleichen wir uns halt an. Wir werden mit zwei Außenseitern haben. Oh, Herr Assam. Was machen? Die Kleinen haben sogar ihn überrascht. Dann halte Ausschau. Gleich in der Befassung. Feel free. See? Über uns. ulu Du bist. Wer ist in der Befassung? Heldrum? Ich bin in der Befassung. Okay. So, können wir den jetzt vielleicht heimlich überwältigen? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Da oben steht auch einer. Und da auch. Oh, komm mal, jetzt weiter. Na super. Da ist auch einer. Okay, der klettert hoch. Oh, der hat da was. Was Besseres. So. Weg ist er. Das nehmen wir auch mit. Da drüben turnte doch auch einer rum. Ops. Au, 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 au. Na, das wollte ich ja jetzt gar nicht. Na super. Jetzt haben die auch mir Aufmerksam gemacht. Nein, dann ist er also so hier. Weg ist er. Ähm, war drin. Ah. Na gut, äh, das war, äh, mehr als ungeschickt. Ah, guck mal, ist er dann dort gespeichert. So, da konnte ich ja nichts mehr sagen. So, so wollte ich das eigentlich ursprünglich auch tun, ne? Und rechts und links vertauscht. Äh, nie, hier. So. Ist das eigentlich besser? Ne, das andere ist besser. Mehr Schuss. Da ist auch einer. Und da springt auch einer rum. Lass doch mal los, ja. Der andere ist da hinten langgelaufen. Lass doch mal los, ja. Dreh dich mal wieder um da, bitte. Komm, dreh dich um. Wir versuchen das jetzt klammheimlich. Boah, jetzt lehnt er sich da auch noch so ruf. Dreh dich bitte um. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Ich versuche mal das auf die Art. Schleichen uns hier ran. So, der hatte gar keine Chance. Oh, die kann man was knacken. Das machen wir auch. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Oh. Schaldämpfer ist gut. Gut. Okay, jetzt haben wir eine super Knarre. Und wir müssen da irgendwie rein, denke ich mal. Oh, da oben ist noch einer. Da oben hängt einer rum. So, Kopfschluss. Okay, Leute. An dieser Stelle würde ich sagen, lassen wir es für heute. Wir lassen es spannend. Beim nächsten Mal versuchen wir da reinzukommen. Oder da hochzukommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.